so wie ich sagen wenn ich erst dann gut wieder wichtig ist dass ich dritte werde wo spawnen die gegner ich weiß nicht wo die gegner hier kommen die feuer schützierte das ist das aber hin zu sehen wieso könnte ich theoretisch seine waffe aufnehmen was klingt mir das da sind jetzt gerade so wenig leid um damit ich keine gegner ich habe drei kippen bin immer noch bei der ersten waffe ist das nicht episch naja vor mir ist einer gestorben habe seine waffe aufkommen und habe mit der los rasiert sind nur die kills einfach weiter die kills gehen weiter aber die waffe nicht so gesehen könntest du bis ins unendliche spielen oder einfach bis zum limit von der zeit her so 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 hängen bleiben, weil ich sie gerade als meine Waffe getauft habe. Einfach nur das Prinzip. Headshot. Noch ein Headshot. Ne, war kein Headshot, trotzdem tot. Ey, mach mal ein bisschen langsamer, du bist zweiter. Du hältst dich nicht an die Regeln, das gefällt mir nicht. Die renkt dich nicht klar. Das war jetzt so episch gewesen, wenn das funktioniert hat. Dann hätte ich den Deal gleich wohl schön übersprungen. Aber nein, ich schieße wieder mit der Liga. Die sind wirklich nur oder so. So, just skill. Just battle defense. Just no pose. Er headshotet mich mit der Diebe. Jetzt ist halt der Nachteil, wenn du oben an der Treppe schließt und er bloß seinen Kopf zieht. So im Moment, dann darf ich überhaupt nicht überreißen, was für Wochen das gerade los sind. Dann glaubst du, dass da eine Feuerwaffe ist und da wärst du eine Eretrie. Das ist ein Präzisionsgewirr. Also so ist es mir auch nie passiert. Na, so weit für vorherige Rundele. Das wird die Tiere interessieren. Das wird die Tiere interessieren. Dark Jonas. Mich hat einen Jäger gekriegt. Ich verrosselt sich. Dass das Dark auf seine Haushaue gezogen ist. Du Lutscher, ich kann besser mit der Waffe umgehen. Da kommen sie zu zweit. Was war das für eine Waffe, die ich hatte in einem G, oder? Zwölf hab ich, zehn der Gegner, neun hast du. Du bist dritter. Passt. Oh, okay. Bei dir seh ich immer noch, wie du zwei Keals gleichzeitig machst. Und du machst auf mich nicht einen, du machst immer zwei. 0 zu 2 gegen die typen und deshalb immer noch bei der ersten waffe wie geht das jetzt hatte die zweite cool war quasi der einzige der der kinder ich hänge gerade bei der schotflinte bei der ersten nicht voll traurig oder seige jetzt habe ich zum dritten mal gekillt natürlich schaut was er hat er 3 zu 3 super weit zu viel mit dem tod scheint es als ob du das nach hause bringen müsstest müsste jetzt habe ich auch ein zusätzliches mal ausprobieren weil es mir in meiner Nähe weiß dass jetzt ein sammelt zuerst auf die gegangen statt auf ihn jetzt habe ich direkt den umbauen gefordert jetzt habe ich direkt den umbauen gefordert ich habe ihn dreimal gehittet und der vöderschuss war auch drauf und hätte ja nicht mehr gezählt diese momente mit der schrotflinte wo du wo du weißt dass du drauf bist schießt und der schuss einfach nicht zählt weil du laut spiel schon tot bist ja jetzt bist du ja schon der drecklich ist du an mir ja gut weil du in meiner nähe warst endlich er versteht das ich nur gerade rum das regt mich auf ich würde gerne so eine 32 zu 0 runde einfach so bei dir schreit er wohl so wahnsinn ich finde der wahnsinn ich finde der wahnsinn ich habe einen zu viel gegen was hat er wie gesagt ok jetzt hat er schon acht kills das ist nicht mehr ganz so schlimm fucking Ithaka das ist bohr nicht immer hier hinten nutschen wir ein Pinnungsspiel was ist mit euch ihr fucking campers was ist mit euch ihr fucking campers was ist mit euch ihr fucking campers ja rennen in den spawner spawne ich dann nicht mehr das ist gut was du machst das ist gut danke ich hab geklappt dann spawst dann bringt er dich einfach wieder um ne ja das bettet uns ey unglaublich grad ich hänge bei der UMP das ist mir so peinlich ich bin noch nicht einmal dort hingekommen ne die nächste Waffe glaube ich bei dir ne doch nicht ja doch musste sie sein ja das war voll geil ich hab nur auf der Map geguckt und gewartet bis er sich zu dir umdreht just toby just toby things ne just toby things ne Das kannst du doch gar nicht anbieten, ey. Ist schon wieder richtig warm, weil ich mich so aufregen muss hier. Oh, Diegel. Killhilfe. Das ist richtig scheiße in dem Spielmodus. Jo, sicher, ne? Ja, mich auch noch. Einfach weil er's Ka. Wer's Ka? Jetzt redest du wie Österreich. Wer's Ka? Einer von den zwei Musters gewonnen. Ne, der wäre schon so nicht so schlecht, weiß. Leck mich doch am Sack, oder? Ja. 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 Endlich mal wieder eine Waffe, die nur scheiße ist. Ja. 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 Wo sind sie denn? Haben's alle verlassen. Jetzt müssen wir sie gegenseitig umziehen. Unglaublich. oh,wenn... Ouh, Killhilfe, Sichtungsbonus und irgendwas nur... Feuerschütze... Bestimmt. Genau. Ja, nur wenn du 4 Schuss im Magazin hast, ne? Ich mag die ganze Sache sehr einfach sein. Ich weiß ja wie der Italiener. Jetzt bist du bestimmt auch bei der Sniper, ne? Have fun damit. Wobei du das ja besser kannst als ich. Ey, ich seh nur den Kopf und ich geb... Ja, alles klar, danke. Der letzte Kill reicht. Schon wieder killt mich die Italiener, ne? Ich flip aus. Das ist bestimmt gleich mein Nemesis. Oh ja, wieder daneben. Sie ist einfach nur daneben aus dem Prinzip. Obwohl ich immer ganz klar bin. In 1990 war das Geld gewesen. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Oh, gegeneinander bin ich jetzt. Ich hasse mein Leben. Jetzt hat sich doch spekuliert, dass dieser schwule Revolver 6 Schuss hat. Er hat nur 5, ey. Wenn da unten geht, dann ist das ja auch nicht so lange. So. Okay, ich hab das nicht. du noch die große juni ich habe die scheiß die 18 in norrkamp Geh mir nicht auf den Sack, Alter. Töte den mal wieder. Ja, ich schieße da gerade durchs Kitter durch. Das ist doch ziemlich scheiße, wenn ich eigentlich gar nicht siehe. Du bist im Messer, ne? Ich bin im Bild. Du kannst nicht auf Bumm bringen gehen, ne? Du hast deinen Kill verloren, weil ich gemessert wurde, ne? Ja. Ich bin im Bild. Geh mir nicht auf den Sack, du scheiß Italiener. Dann bist sie mal gekillt. Was ist mit ihm? Ah, Leben hat der Hund. Ja, genau, den hast du. Ah, nein. Es töte mich der Italiener ohne Witz, ich raste aus. Jay Slayer, weißt du? Zwei zu acht. Elf Leben. Elf Leben. Da war er wieder, der Italiener da oben. Ich hab ihn gesehen, jetzt flankier ich dich, du Opfer. Jetzt musst du im Messer und damit ein Kill verlieren. Ey. Aber rechts kommt der Gegner. Er ist auf einmal weg. Ich glaub, du kannst hier in der Spunkerwisch fahren. Ja, jetzt spawn ich in der Pampa, weißt du. Just benefit things. Let's spawn though. Okay. oh Kannst du mir sonst einfach so weit draußen spawnen, so unmöglich achten. Das ist unglaublich. Pistolen müssen viel krasser sein in dem Spiel. Oh, das ist einfach eine scheiß Pistole, das kann natürlich auch sein. Oh, du bist am nächsten Level, oder? Ja, aber ich bin hinten in der Pampa eingestört, ja? Oh, das sind wir daneben Schüsse mit der Gejuchzen, das ist auch richtig. Ja, und da steht rechts von mir natürlich auch. Es geht nicht, dass er auch noch gegen einen Kind ist. Das ist auch nicht wirklich. Also, ich finde die üblichste Runde, was wir in das Verwappen bekommen haben, wo wir beide am Schluss noch mal übrig waren. Die spawnen und stirben. Ja, das gewinnt der Gegner, der erste schätze ich. Ja. Ah, der hat auch schon so viel. Ja. 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 Was ich noch gar nicht haben durfte. Okay. Geiler Scheiß. Vielen Dank.